und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zurück beim was hatte ich gesagt eben schon musik simulator 2017 wir befinden uns hier im hauptmenü jetzt guck dich mal an was ich fürs schickes für ein schickes hermchen ja guck mal guck mal mein charakter jetzt an also warte wie siehts du denn aus ja richtig pornös bin's krieger graf koks alles klar wir springen ich habe jetzt gerade unten gelesen die berühmten poopruinen ja ich könnte mir sogar vorstellen dass wir das zwar auch als letztes test weiterführen aber trotzdem hat man ein bisschen mehr erfolgen rausbringen ich weiß nicht wie wir sind es ist jetzt nur noch hier ist der aktuell genau da machen wir ab fünf einfach ein fazit würde ich sagen zum spiel im allgemeinen und wenn man da noch weg haben spielen muss einfach weiter ich kann euch ja auch gerne dran teilhaben lassen wenn ihr wollt ich wechsle mal mein skills wenn wir den neuen ausprobieren okay das ist ein ausweichen skill mit einem krassen schwer brauche ich so richtig viel schaden aber ich kann auch schnell dadurch angreifen also das ist gleich das ganze hier einigermaßen aus ich habe dich da noch fliegen sehen ich wollte eigentlich war noch mal hier crazy tut da vorne eine abreibung verpassen das finde ich jetzt schon wieder witzig hier oder was besonderes sind ja irgendwie nicht ja das ist auch so keine linien meine meine mininwi �� druckkick Ja, dann muss er schon mal ein bisschen aufräumen hier. Au! Au! So wie! Ja, alles gut. Okay die haben sie erledigt. Crazy. der dritte ein 10 stimmel ist mit skippen oder auf mich hat er seine letzten gelernt hier guck mal guck mal was mit dem jetzt macht checkt ist ja und gestopft in den boden gespitzt die schleife bei dem haus hat der haus oder und neulich verzaubern alter das wird ja richtig viel schaden so als krieger den nachteil des gegen magie übelst anfällig fürs vorder ha 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 knockout futter njam 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 check your item off then in box ja achso wir sehen sogar das gleiche das ist interessant ja ich geh erstmal in die truhe jawohl loot 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 ja ich liebe das wenn der gegner rauskommen alter mini spaßdienst alter ich treff die nicht mehr so klein sind die komm halt ran hier lass dich doch mal töten hallo achso ga ga goblins ich nehme sie die kikeri goblins kikeri goblins man in the bank wow hast du eine loot box geöffnet oh das war eine echte box ok let's do this achtung ja war ja klar ne oh vorsicht juhu yippie feuerwerk das tut juhu yippie feuerwerk ich hab mich getroffen wario skier rapid slap mhm breakthrough ach du kacke auch äh fast auf mich drauf ich sprung hier Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin eh so ein Freund von Dungeon Crawlern. Ist das so? Ich komme wieder zurück. Pass auf jetzt. Oh. Alter. Was machst du denn? Das muss ich tun eigentlich. Ich muss den so richtig überraschen. Oh, Leute. Vorsicht, Magio. Die halten aber auch nicht viel aus. Boah, Alter. Boah, das ist ein gegnerischer Blitz. Ich hoffe es nicht. Jo, das war ein gegnerischer Blitz. Das war der Magio. Ist er? Alles easy? Jo, alles gut. Der Blitz macht deutlich weniger Schaden als die Leucherdingers. Ich konnte ihn nicht mehr hauen. Ja, sorry. War wieder etwas übermütig. Da fandest du das Tor vor ihm creepy. Das sieht ja auch nicht so einladend aus hier. Doch, super. Doch, super. Nicht wahr, süß. Warum ist das hier eigentlich preparing? Preparation complete? Ich habe gar nichts gedrückt. Naja. Du hast dich nicht prepared? Nee. Der Rücksit. Du popp Diamant. Was? Was? Ernsthaft jetzt? Knüppelkalle. V8 ist das, Mann. Alter. Du hast dir mit einem Blitz so viel Damage gemacht. Willst du mich verarschen? Nö. Ich will auch noch was. Ich kümmere mich mal um die Mages. Warum ist der auf dich, Alter? Putz. Weil da Schaden ausgeteilt sind so. Ja, roll the bomb. Ach so, der hat den Doppel-Leister. Da war auch nicht mehr viel übrig. Willst du mich verarschen? Ach komm, ich höre wohl einfach nochmal. Au. Ganz anpass auf der Mages. Ich bin voll krass konkret ausgewichen, Alter. Was ist er denn? Wie sieht die aus. Der Typ rechts. Ist Bruder Tuck? Ich bin keine Nonne. Aber wer hätte sie dachten? Don, Don. Was macht denn der für ein Move, ey? Velakin. Und so wohl, Alter. Zusammen sind wir bekannt, Alter. Die Stiftgang. Team Rocket. Die Kack-Stiftgang. Let's get out of here. Hä? Die Sound-Effekte sind aber einfach der Wahnsinn. Was geht? Mich in der Krumplicht. Okay. Loot-Quest. Äh, Loot-Quest. Loot-Quest. Ja, da kann bloß noch Billo-Münzen raus und so. Nee. Sind noch lila-Anne-Items. Allerdings bei mir vom Krieger. Was ist das? Wenn ich ehrlich sein soll, ich kann jetzt schon ein Fazit geben von dem Spiel. Ja, Level Up. Level Up. Oh, Level 4. Das ging jetzt aber deutlich schneller als von Level 2 auf 3, oder? Ja. Oh, da habe ich jetzt was Neues. Rapid Shot. Und dann bin ich immer, how dare I the pants again. Gang, 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 gang. Foggy Forest Path. Foggy Forest, fuck, 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 fuck. Fuck, Scheuerwood. Was? Hey, Rookie, I'm Cartoon. Ace of the Order of the White Dragon. Boah, dreht nicht so schnell. Ich boxe dich hin. Voll der krass Zauberer, Linde. So eine Sache ist zu und zui Quatsch, damit wir uns den nächsten Ladescreen angucken dürfen. Hm. Wie in jedem Level. Wunderschön. Breakthrough. Du 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 du. Ich boxe sie einfach, Alter. Off, wind and fire. Hey, ich hab' Feuerball, der Feuerbälle schießt. Ich konnte wieder mal nicht ausweichen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich renne ja erstmal durch und pull alle Gegner. Oh, ich glaub' ich hab' schon alle Gegner gepult. Ne, jetzt hab' ich alle Gegner gepult. So, jetzt beginnt die Party. Wo geht die Party? Ja, vier gegen die Party. Ah, das war ungünstig von dir. Das ist doch voll auf das eine, das ist eine Fasziergeschoss auf das Explodierende bei mir. Alter, das war ich nicht mal. Ich bin nicht mal in deiner Nähe. Ja, aber du schießt ja mit deinem Schiff. Und ich glaub' du hast es zufällig getroffen. Mach' mal auf, Junge. Machen die Zweig mich hier. Gut, ich schell'n hier alle Stars einsammeln und so. Sooo. Weißt du, mit meinem Blitzzauber bin ich aktuell echt am besten beraten. Hm, der macht auch einen guten Aoe. Musst'n halt nur richtig timen. Pinkelt der da grad? Äh. Okay. Alter, ich hab' aus dem Gegner hier gerade vor die Münzen rausgeprügelt. Wie war das gerade eben mit der Pinata? Boah, das ist richtig krass der Freit, ey. Ach, hier ist ja noch einer. Hotto, hotto. Ist das ein Gegner? Warte mal, ich wärme da vorne die zwei Ritter. Oh, mein Skill dauert ja ewig, bis er sich aufgeladen hat, ist ich grad. Den kann passend besser auf die... ...Mages mit auf. Aber die halten auch glücklicherweise nicht viel aus, ja. Ne, überhaupt nicht. Zum Glück seh' ich auch grad' gar nix. Oh, danke. Putz. Irgendwann hat mich ja richtig hart getroffen, gerade. Das war ne Mage? Das war nicht der Mage. Ne, ne, irgendwas anderes. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, das warst du. Aber... Weil, das war genau im Rhythmus von... von deinen Schüssen oder so. Gibt doch gar kein Friendly Fire. Ja eben. Deswegen sag ich ja, wenn ich's nicht besser wüsste. Ja eben Wie viel AP hat denn der? Nicht mehr so viele, würde ich sagen Dann müssen wir ja eigentlich den nächsten befreit haben, aber So immer schön einsammeln, einsammeln, einsammeln You did it Also manchmal ist die Kamera auch ein bisschen blöd Oder ungünstig, sagen wir es mal so Haka kaka Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen so an die Kamerastauerung gewöhnt Das war immer noch Also wenn du nicht im Kampf bist, ein bisschen träge Mit dem hin und her gucken Das ist besser geworden Aber ich habe das Gefühl, dass die Verzögerung noch nicht mehr so groß ist Wie ganz am Anfang Find the exit Ja, okay Ich will ja auch noch ein bisschen was davon haben Okay, kaka Cool Achtung Oh, ein Ring Dankeschön I'm the girl, everyone Hä, du bist ein Mädchen? Ich habe ein Weibchen-Character, ja Okay Oh, fuck Hier ist ein schädlicher Boden gerade gewesen Hier sind Giftpilze, musst du ein bisschen aufpassen jetzt Ehrlich? Oh Ich würde sagen, wir machen mal hierhin frei Da lang willst du Typisches Dungeon-Crawler-Prinzip jetzt hier Also ich habe jetzt meine Mana geht auf 117,9% What? Was haben wir denn hier gefunden? Oh, Gegner Oh, noch mehr Au 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 Fickt euch, Leute Ich gehe nach Hause Ja, mal ordentlich auf das Fressbrett Oh, okay Erwählt man nicht Wir haben vorzappen, Mist Das geht ganz gut Oh, warte, 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 warte Oh, au, 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 fuck Ich hätte Schüsse nicht gesehen Ja, ich sagte heute mal Also Magier Brauchst du dich nicht treffen lassen Aber wie gesagt Das ist halt üblich Für Sonderklasse stecken die auch nicht viel ein Hier fällt trotzdem noch der HP-Balken über den Ja, wie schon Na, wir lassen uns das mal überraschen Wie gesagt, das Spiel ist auch noch Das ist ein schöner Ausgang Was noch kommt Also, ganz ehrlich Ich würde es mir auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum mal angucken Ja Ja, ich tatsächlich auch Ich finde das sehr, sehr witzig Und auch sehr kurzweilig Hä, dieses Brotten jetzt hier noch einen Gegner Sind die besoffen? Na, weiß ich auch Heile dir mal zur Hilfe Ich heile dir zur Hilfe Ich müsste tatsächlich sagen Die Magierklasse macht so auch Spaß Ja, der Krieger ist auch besser als der Kleriker Finde ich Oh, jetzt kommt gleich ein Boar Der Kläran, Lahnreiniger Au, 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 au Au, au, au It's the princess Help me She ain't the Duke Nukem quote Help me They kill me, also I hate pecs Au, au, au Und los geht's, Achtung Leid zum Aufräumen Und da geht er an Da geht er down Und da brauchen wir da ein Haufen Zeug eingesammelt So Wenn du alles hast Ja I, I think so Halt, da ist noch ein Krug Yeah, was auch immer das ist Ach so, ich glaube, das gibt Glaub ich eine Mana Potion Hm Hey, 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 clapity-clap Special Weapons Cool Level 5 Damage to Enemies boosted Damage to Enemies reduced Max White increased Oh, Lightning Arrows Das tut schon mal spaßig So Ich sage, wir gehen wieder back to the home Verkaufen mal ein bisschen Krabbelzeug Und würden dann in der nächsten Folge Einfach mal das Fazit ziehen Zu Happy Dungeons Also mal zwischendurch mal eine Folge raushauen Mit dem Fazit Und dann just for fun Noch ein bisschen weiter spielen Hm 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 Ich kann mir sehr gut vorstellen Dass wir vielleicht die Oh Jetzt bin ich im Hauptmenü gelandet Das ist übrigens der Titelbildschirm Hm 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 So viel dazu Hm Äh, ja, ich, also ich, ich denke mir Ich kann mir vorstellen, das Spiel tatsächlich noch ein bisschen weiter zu daddeln Dann Boah Also schaut ab und zu einfach mal rein Wie gesagt, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder Bei, äh Let's test Happy Dungeons The Wonderful Squad With The Wonderful Epic Music Simulator 2017 Jawohl So sieht das aus Lompi Lompi Bis zum nächsten Mal Macht's gut Auf, hauen sie rein Auf Ja 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 Ja